Hallo, hier ist wieder German Masterbrain und heute review ich Leonard Part 6. Und bevor ihr was sagt, ja, Bill Cosby ist ein verurteilter Sexualstraftäter, aber darum geht's nicht. Es geht ganz allein darum, rauszufinden, wie beschissen dieser Film ist. Na dann, los geht's! Übrigens, der Film hat 24 Millionen Dollar gekostet. Jep, 24 Millionen Dollar und dann ein Intro, als ob es Dingo Pictures gezeichnet hätte. In Leonard Part 6 geht es um folgendes. Bill Cosby spielt einen Geheimagenten und muss böse Vegetarier aufhalten. Die Vegetarier wollen die Weltherrschaft an sich reißen. Warum? Naja, meine Vermutung, die Leute bei dem Film haben Kokain genommen und haben das hier für eine gute Idee gehalten. Dann gibt's eine Schießerei in der Küche, da wo keiner vom Küchenpersonal irgendeine Art von Stimmung zeigt. Sie arbeiten einfach heiter weiter. Warum das lustig sein sollte, ich sag's nochmal. Ich glaube, die Leute waren auf Kokain. Dann sehen wir noch mehr merkwürdige Szenen, wie zum Beispiel Bill Cosby, wie er Aerobic-Übungen macht, was lustig wirken soll, aber in meinen Augen ist das einfach nur peinlich, wie er sich bewegt. Oder in der Szene, da wo Bill Cosby mit Soße bekleckert wird, was auch eigentlich mehr peinlich anstelle lustig ist. Dann noch diese Szene, da wo zu 100% klar ist, dass in dem Kostüm ein Stunt-Double drin ist. Oder auch das hier, einer der schlechtesten Szenen in der Comedy-Geschichte. Nochmal, der Film hat 24 Millionen Dollar gekostet. Da erwartet man schon etwas mehr. Und dann kommt das bittere Ende. Und ich muss sagen, das ist einer der schlimmsten Filmenden aller Zeiten. Ich hasse diesen Film. Hasse, hasse, hasse.